Ich schaltete den Fernseher ein und zappte durch die Kanäle, um zu sehen, was auf dem Programm stand, aber es gab nichts, was interessant aussah. Tja, dann wird es wohl wieder ein langweiliger Abend, wenn ich allein hier sitze. Bum, bum, bum! Das laute Hämmern an der Tür ließ mich fast aus der Haut fahren. Aufmachen! Mach auf! Ich stand auf und wollte gerade die Tür öffnen, aber bevor ich dazu kam, gab es einen lauten Knall und die Tür sprang auf. Ich stand unter Schock, als vier große Polizisten durch die Tür kamen. Sie sind verhaftet! Warten Sie! Was? Weshalb? Wegen Mordes! Du denkst wahrscheinlich, dass das, was du gerade gehört hast, der größte Schock in dieser Geschichte ist, aber du liegst falsch. Du wirst nicht glauben, was ich dir am Ende dieses Videos erzählen werde. Alles begann vor ein paar Jahren, als mich das Glück verließ und eines führte zum anderen und ich fand mich auf der Straße wieder. Ich war obdachlos und um ehrlich zu sein, war mein Leben ziemlich erbärmlich, bis zu dem Tag, an dem sich alles änderte. Ich stand an einer Straßenecke und bettelte um ein paar Dollar, um etwas zu essen zu kaufen, als eine Frau mich ansprach. Hallo, brauchen Sie Geld? Ja, ja, das tue ich. Können Sie einen oder zwei Dollar entbehren? Oh, ich glaube, ich kann mehr als das. Was halten Sie von 10 Millionen Dollar? Was? Sie machen Witze, oder? Nein, ich scherze nicht. Ich meine es sogar todernst. Ich werde Ihnen 10 Millionen Dollar geben, aber Sie müssen etwas für mich tun. Was? Ich bin Schönheitschirurgin. Ich möchte, dass Sie mich eine Gesichtsoperation an Ihnen durchführen lassen. Ist das alles? Ja, das ist alles. Ich brauchte gar nicht darüber nachzudenken. Ich hatte mich nie für besonders gut aussehend gehalten, also hatte ich kein Problem damit, mein Gesicht verändern zu lassen. Okay, ich mach's. Das ist ein Deal. Die Frau drückte mir eine Karte mit der Adresse einer Klinik in die Hand. Kommen Sie am Montag um 11 Uhr in diese Klinik. Ich werde Sie dort treffen und wir werden die Operation sofort durchführen. Ich nahm die Karte und sah mir die Adresse an. Sie war nicht weit von unserem Standort entfernt. Okay, ich werde da sein. Die Frau sagte kein weiteres Wort. Sie drehte sich einfach um und ging in die andere Richtung davon. Ich stand da und starrte auf die Karte. Ist das wirklich wahr? Wird sie wirklich eine Operation durchführen und mir 10 Millionen Dollar geben? Naja, ich denke, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Am Montagmorgen wachte ich früh auf. Obwohl ich mir sicher war, dass alles nur ein Scherz war, beschloss ich, vorsichtshalber in die Klinik zu fahren. Ich kam um kurz vor 11 Uhr dort an und war überrascht, als die Frau draußen stand und auf mich wartete. Gut, Sie sind pünktlich. Unsere Krankenschwester wird Sie für die Operation vorbereiten. Folgen Sie mir. Ich ging in die Klinik und folgte einer Krankenschwester in ein Zimmer im hinteren Bereich. Ich war so nervös. Mein Herz klopfte wie verrückt. Diese Operation ist doch nicht gefährlich, oder? Die Krankenschwester lächelte mich an. Keine Sorge, es wird alles gut gehen. Die Chirurgin ist sehr erfahren. Sie ist eine der Besten. Die Krankenschwester gab mir eine Spritze. Meine Augen wurden schwer und ich schlief ein. Als ich nach der Operation aufwachte, hatte ich Angst. Was ist, wenn ich wie ein Monster aussehe oder so? Die Krankenschwester kam ins Zimmer und reichte mir einen Spiegel. Ich holte tief Luft und betrachtete mein neues Gesicht. Ich war so glücklich. Oh mein Gott, ich bin so hübsch. Ich kann es nicht glauben. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, du siehst fantastisch aus und hier ist dein Geld. So, wie wir es vereinbart haben. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ich hatte nicht nur ein neues, hübsches Gesicht bekommen, sondern war auch noch Millionär. Es war wie eine Art Traum. Als erstes kaufte ich mir eine riesige Villa. Ich hatte alles, was ich mir immer gewünscht hatte und ich vergaß auch meine Freunde auf der Straße nicht. Nur weil ich Geld hatte, wollte ich nicht vergessen, wie es ist, obdachlos zu sein. Ich war den ganzen Tag unterwegs gewesen und hatte mich auf einen ruhigen Abend vor dem Fernseher gefreut. Aber es sollte nicht sein. Ich hatte mich gerade hingesetzt, als ich ein lautes Klopfen an der Haustür hörte. Wer in aller Welt ist das? Ich brauchte nicht lange zu warten. Die Tür flog auf und vier große Polizisten stürmten in mein Haus. Sie sind verhaftet. Warten Sie. Was? Weshalb? Wegen Mordes. Wovon reden Sie? Ich habe niemanden ermordet. Ihr habt den falschen Kerl. Streiten Sie es nicht ab, Mark. Wir haben Sie auf frischer Tat ertappt. Warte, Mark? Wer ist Mark? Aber es war egal, wie sehr ich protestierte. Sie wollten mir nicht zuhören. Sie legten mir Handschellen an und brachten mich aus dem Haus zu ihrem Auto draußen. Als wir auf dem Revier ankamen, steckten sie mich in eine Zelle und schlossen die Tür ab. Warten Sie. Sie müssen mir glauben. Sie haben die falsche Person. Das ist nicht mein echtes Gesicht. Jemand hat mich so aussehen lassen. Aber die Polizei hat mir nicht geglaubt. Am nächsten Tag wurde ich ins Gefängnis verlegt. Ich versuchte, die Chirurgin, die mich operiert hatte, anzurufen, aber sie ging nicht ans Telefon. Was soll ich jetzt tun? Ich werde den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen für etwas, das ich nicht getan habe. Aber zum Glück wussten meine Freunde auf der Straße, dass ich nicht zu einem Mord fähig war. Sie beschlossen, mir zu helfen. Sie brachten ein Foto zur Polizei, auf dem eine Narbe zu sehen war, die ich an meiner Hand hatte. Als die Polizei sie sah, begannen sie zu glauben, dass ich vielleicht die Wahrheit sagte. Sie wussten, dass der Typ, den sie suchten, diese Narbe nicht hatte. Okay, wir werden einen DNA-Test machen und sehen, was die Ergebnisse sagen. Ich war so froh, dass ich die Chance bekommen würde, meine Unschuld zu beweisen. Als der DNA-Test zurückkam, zeigte er, dass ich nicht der Typ war, den sie suchten. Ich war so erleichtert. Sie müssen uns alle Informationen geben, die Sie über die Frau haben, die sie operiert hat. Natürlich, ja. Ich werde alles tun, um zu helfen. Ich erzählte Ihnen alles über die Begegnung mit der Frau auf der Straße und ihr Angebot, mir 10 Millionen Dollar zu zahlen, wenn ich mich von ihr operieren lasse. Hier geht definitiv etwas Verdächtiges vor. Es scheint, dass die Chirurgin dir das Gesicht eines Mörders gegeben hat. Aber keine Sorge, wir werden der Sache auf den Grund gehen. Jetzt können Sie gehen. Danke. Ich war so froh, aus diesem Gefängnis herauszukommen, dass ich mich, als ich nach Hause kam, ins Wohnzimmer setzte und erleichtert aufatmete. Ich bin so froh, dass alles vorbei ist. Plötzlich hörte ich draußen auf dem Flur ein Geräusch. Oh mein Gott, da ist jemand im Haus. Ein Eindringling. Ich nahm einen Baseballschläger und schlich zur Tür. Aber bevor ich etwas tun konnte, öffnete sich die Tür und ich war schockiert, als ich die Chirurgin dort stehen sah. Sie? Was machen Sie hier? Ich denke, Sie schulden mir eine Erklärung. Wessen Gesicht haben Sie mir gegeben? Ich habe dir das Gesicht meines Bruders gegeben. Deines Bruders? Ja. Aber warum? Weil ich wollte, dass mein Bruder ein neues Gesicht bekommt und in Freiheit leben kann. Ich war so wütend, dass diese Frau mich fast meine Freiheit gekostet hätte. Sie sind verrückt. Sie können sich nicht so in das Leben von Menschen einmischen. Ich stürzte mich auf sie und wir begannen zu kämpfen. Plötzlich spürte ich, wie ihre Faust hart auf meinem Kinn landete und alles wurde schwarz. Als ich aufwachte, war ich in einem Krankenhaus. Ich blinzelte mit den Augen und sah mich um. Alle meine Freunde von der Straße waren in meinem Zimmer und wachten über mich. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Du hast dich mit der Chirurgin geprügelt und bist bewusstlos geworden. Aber wie habt ihr mich gefunden? Das haben wir nicht. Das war die Polizei. Sie hatten geheime Sicherheitskameras in deinem Haus installiert und sahen alles, was passierte. Als sie sahen, dass die Chirurgin in deinem Haus war, schickten sie einen Streifenwagen los, um dir zu helfen. Sie kamen gerade an, als die Chirurgin dich bewusstlos schlug. Sie verhafteten sie und brachten dich ins Krankenhaus. Gott sei Dank wurde sie verhaftet. Aber was ist mit ihrem Bruder? Er hat ein neues Gesicht. Er könnte jeder sein. Überall. Was ist, wenn er kommt und versucht, mich anzugreifen? Ich war so besorgt und geriet in Panik. Was soll ich tun? Was, wenn er sich dafür rächen will, dass ich seine Schwester verhaften ließ? Das Atmen fiel mir langsam schwer und die Alarme begannen zu schrillen. Die Türen öffneten sich und der Arzt kam hereingestürmt. Raus! Raus, ihr alle! Er muss sich ausruhen! Meine Freunde gingen und der Arzt sagte mir, ich solle mich ausruhen. Ich legte mich wieder auf mein Bett und wollte gerade meine Augen schließen, als ich sah, dass mein Freund Jared noch im Zimmer war. Jared, mir geht es gut. Du kannst gehen. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Aber anstatt, dass Jared lächelte und mir alles Gute wünschte, sprang er plötzlich auf mich zu und fing an, mich zu schlagen und zu treten. Jared, hör auf! Was machst du denn da? Ich war so verwirrt. Was war da los? Warum sollte Jared mir wehtun wollen? Und dann dämmerte es mir. Mein Herz sank und Angst stieg in meiner Brust auf. Oh mein Gott, nein! Bitte erzähl mir nicht, dass du der Bruder der Chirurgin bist! Jared antwortete nicht. Das musste er auch nicht. An seinem schuldbewussten Gesichtsausdruck konnte ich erkennen, dass das, was ich gesagt hatte, stimmte. Hilfe! Hilfe! Jemand muss mir helfen! Die Tür öffnete sich und meine anderen Freunde von der Straße kamen hereingestürmt. Sie zerrten Jared von mir weg und stießen ihn zu Boden. Einer von ihnen setzte sich auf ihn, während die anderen sich ein Bettlaken schnappten und ihm die Hände auf den Rücken fesselten. Gott sei Dank seid ihr zurückgekommen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ihr nicht gekommen wärt. Als wir merkten, dass Jared zurückgeblieben war, fragten wir uns, was er wohl vorhatte. Er ist neu auf der Straße und war schon immer ein bisschen seltsam. Nicht wirklich einer von uns, weißt du? Er ist definitiv keiner von euch. Er ist der Bruder der Chirurgin. Er ist der Mörder, nach dem die Polizei sucht. Meine Freunde schauten alle schockiert, als sie hörten, was ich sagte. Ich denke, wir sollten die Polizei rufen, oder? Einer meiner Freunde rief an und innerhalb von fünf Minuten war die Polizei da und verhaftete Jared. Gute Arbeit, Jungs. Wir haben diesen Kerl seit Jahren gejagt und mit eurer Hilfe wird er jetzt für sehr lange Zeit ins Gefängnis gehen. Endlich hatte ich das Gefühl, dass ich mich entspannen konnte. Sowohl die Chirurgin als auch ihr Bruder waren sicher hinter Gittern. Wer hätte gedacht, dass eine einzige Entscheidung zu einem so verrückten Abenteuer führen könnte? Aber eines ist sicher, ich hatte genug Aufregung für ein ganzes Leben. Keine verrückten Abenteuer mehr für mich.